Schnee mit Ansage und trotzdem Chaos. Frust im Bergischen Land. Zwar lief heute alles wieder rund, zum Beispiel auf der A1. Neuen Schnee gab es auch noch nicht. Aber warum war gestern eigentlich so ein Chaos? Jetzt live aus Wuppertal. Ihre Lokalzeit Bergisches Land mit Gina Niemeyer. Hallo und guten Abend. Ja, wie oft verkünde ich hier im Programm vollmundig das Wetter. Und am nächsten Tag sieht es dann doch anders aus. Das war schon wieder unsere gemeinsame Lokalzeitwoche. Ganz lieben Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.